Hallo Minecraft Freunde, weiter geht's in Magic Farm 2. Wir klaren uns heute etwas Wasser einmal unseren Scanner wieder. Jo, erst einmal eine kleine kurze Erklärung, ich habe lange damit gerungen, das euch zu erzählen oder nicht und bin zum Schluss gekommen, auch aufgrund vieler Freunde, die es mir empfohlen haben, die gesagt haben, das musst du denen sagen, ich werde eine Zeit lang im Krankenhaus sein, das heißt ab dem 26. Ich werde dann operiert und in dieser Zeit, in der ich im Krankenhaus bin, kann ich leider eure Kommentare nicht lesen. Das heißt, dieses Video ist noch recht aktuell, da werde ich noch die Kommentare lesen können, aber alle Videos, die ab dem 26. erscheinen, die werde ich nicht lesen können, das werde ich auch nicht nachholen können, weil eine ganze Woche, das sind jeden Tag so circa, ich weiß nicht, so 2.000, 3.000 Kommentare, da komme ich dann nicht mehr nach, das schaffe ich dann nicht mehr. Das glaubst du doch selber nicht, dass du 2.000 Kommentare am Tag kriegst? Auf alle Videos. Die kriege ich vielleicht im Monat auf alle. Nein, auf alle Videos. Das glaubst du doch selber nicht. Ja, ich habe fast 1.000 Videos und ich kriege zu jedem Kommentar eine E-Mail. Ja, du kannst doch nicht. Ja, ich auch. Und ich kriege da vielleicht 500 Videos, aber du kannst doch nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Und hallo übrigens auch von mir. Ja, du bist jetzt erstmal zweitrangig, weil das will ich jetzt nachgucken. Das geht doch gar nicht. So, also, ich wollte gucken. Genau. Und zwar... Das kann doch gar nicht sein. Hm? Ach, da hat er die Statistiken gar nicht öffentlich. Das kann doch gar nicht sein. Genau. Endertriebe heißt das. Du kannst doch nicht am Tag über 200 Mal so viele Kommentare wie neue Abonnenten kriegen. Ähm, du musst dir auch bedenken, die gucken wirklich fast alle Videos. Ich weiß. Auch die alten Videos. Und ich bekomme zu allem, ähm, bekomme ich eine E-Mail. Also, bei jedem Video, egal wo ein Kommentar geschrieben wird. Und das sind ja fast 1.000 Videos. Insbesondere bei dem Truck kommen ziemlich viele rum. Mhm. Du machst am Tag 38.000 Aufrufe. Ähm, könnte hinkommen. Also, auf alle Videos. Ich guck gar nicht, was kommt hin? Ja, auf ein einziges natürlich. Äh, auf Worte Pistenhaus 3 Part 4. Wie mache ich denn da einen Chisel? Äh, drück doch einfach R. Das, äh, ich mach doch, ich mach doch hier, da passiert nix. Dann kannst du ihn nicht craften. Wie bekomme ich den dann? Gar nicht. Echt jetzt? Das heißt, ich hab... Also, hier gibt's ne Chisel und dann gibt's ne Chisel von, äh, Tinkers Construct. Moment, hatte ich da nicht schon mal... Den musst du hier machen! Hier, an diesem Ding! An welchem Ding? Na, hier! Ich mach dir mal einen! Was? Ich hab keinen Stick da? Ach, die kann ich auch noch... Ach, da kann man den Chisel machen! Ich mach dir nur schon ein! Nein! Ja, zeig mir wie! Ich will das sehen! Du tust nen Chisel Hand, äh, in dein... Nein! Warte mal! Äh, welche Werkbank bist denn du jetzt? Weisen! Ich bin am Schablonenstanzer, wir haben davon noch keine. Ach so! Jetzt haben wir eine Schablone. Jetzt müssen wir... Hat jemand Stein oder so? Kann hier jemand mal Stein reinschmeißen, bitte? Äh, Stein, was für Stein? Ich hab Stein, sofort! Was für Stein? Äh, Stein, 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 Stein! Ah, Hilfe! Wieso konnte ich mich auf einmal nicht bewegen? Nein! Was? In den Ofen! In den Ofen? Ach, in den Hochofen, oder was? Hm? Dann muss ich... Äh, darf ich... Dann mach mal in den Hochofen rein! Hm? Kannst du es nicht einfach hier an der machen? Nein! Nein! Oder warte mal! Ich denk, du musst doch hier das Stein reinkippen, dachte ich! Nee! Schau mal in den Ding rein! Ist ja... Ist ja doof! So, jetzt haben wir davon eine, obwohl wir davon keine brauchen! Lass mich auch gucken! So, das da rein! Dann nehmen wir die Scherbe raus und dann kriegen wir einen Stein! Meißelkopf und eine Schere! Und jetzt kann man hier... Jetzt kann man hier... Jetzt müssen wir mal... Da hat jemand so eine Platte, die wir nicht brauchen! Was für eine Platte? Äh, Schablone meinst du? Ja, so eine... Ja, so eine... So eine Platte halt! Die muss gegossen werden! Eben! Hä? Und wenn wir eine ungestanzte Platte hätten, dann könnten wir die wieder einschmelzen! Jetzt müssen wir erstmal... Tut... Tut mal jemand ein bisschen Gold rein! Machen wir doch einfach eine neue! Tut mal ein bisschen Gold rein! Dann macht man ja eine neue! Ja, warte, warte! Ich hole Gold! Moment! Ach, da hast du... G-O-L... Äh, dold! Duffy hat glaube ich schon! Mhm! Äh... Ich will auch was machen! Du kannst du schauen! Naja, also ich meine... Wir haben doch hier nochmal ein Zeug drin, aus dem wir das Zeug dann gießen! Aber ich tue das nicht... Hier, was... Schau mal wie die funktioniert! Dann hast du was zu tun! Er hat einen Meisel! Toll! Was mache ich damit? Es ist deine Aufgabe! Äh... Auszufinden, was man damit macht! Äh... Äh... Gar nichts! Weil zeigt mir nichts an! Du kannst damit rechtslieg auf bestimmte Blöcke machen und die verändern dann damit ihre Form! Mensch, Mieter, das weiß ja sogar ich! Aber auf welche Blöcke? Äh... Das probier! CleanStone glaube ich geht! Äh... Hat er jetzt was zu tun? Ich guck mal! Nein! CleanStone geht nicht! Dillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillillill wieso beschwerst dich erst, dass du nichts hast, dann beschwerst dich, dass du was hast. Wieso habe ich... Entscheid dich, was dir zuwider ist. Warte mal, ich... Ich muss hier mal meinen Elementor aufräumen. ganzen Endsteinen, die ich hier noch hab. Ach ja, das geht ja hier rein. Das geht nicht. Wieso habe ich hier einen Steinwerkzeuggriff? Hier, jammert, das ist deins. Danke. So, ich gucke lieber Yamatsu. Das Ding, das tue ich hier in eine Truhe rein, weil... Ich halte nichts von Rätselraten. Ach mit aus. So, hat jemand so einen Werkzeuggriffsschablone hier? So, was machst du jetzt? Ich gieße dein Ding. Und das machst du aus dem Manolin? Ja. Okay. Und jetzt gehe ich hier auf dieses Ding, setz das dahin, das dahin. Dann haben wir einen Meißel. Oh ja, gibt es zu mir? Also... Da, ist aus Manolin. Mhm. Hoffentlich braucht der nicht auf, weil dann wäre es ziemlich teuer. Ach. Äh... Warte mal, warte mal, warte mal. Was macht man damit? Ach, damit kannst du diese Grabsteindinger glaube ich bearbeiten oder so abbauen, dass du sie behältst mit diesem Meißel. Warte mal, ich will mal gerade gucken. Theoretisch müsste das... Wie ein Hund zum Beispiel. Kannst du damit mitnehmen. Das geht. Ist das geil. Aber der wird auf jeden Fall aufgebraucht. Metas, der Block sieht hässlich aus. Mach bitte nicht zu viele von dem. Bitte? Ah. Metas, der Block sieht abartig aus. Warum? Na, wobei, er geht eigentlich. Ne, da ist I. Nein, der ist nicht I. Wieso? Wie schaut der denn bei dir aus? Der ist wohl I. Äh, gib mal mit dem Meißel her. Nein, du machst damit. Ich will gerade was gucken. Ja, du machst diesen Mist. Gib dem Meißel her. Nein. Kannst du nicht nochmal reinlegen, den Block? Da kommt was anderes raus? Warte mal, wenn ich das so mache? Nein. Äh, Leute, ich hab nen Bug entdeckt. Welchen denn? Guckt mal. Also irgendwie... Ja, das Ding kann man essen. Also... Ah, ja. Gib mir nochmal den Meißel. Ich, äh, da kann man noch was anderes machen. Mach aber nicht so ne hässlichen Blöcke. Die sind nicht hässlich, jetzt geh mal her. Bei uns, Team, schauen die schön aus. Die sind wohl hässlich. Gib dir erst wieder, wenn du die nicht mehr machst. Ich geb sie mal her. Was für du? Welches Müsus? Pack hast du. So. Ich hab das ganz normale Standard. Guck mal. Die kann man nämlich auch machen. Wer ist denn die? Diese Stein. Guck mal hier rein. Na ja, ob die jetzt schöner aussehen. Ich find die schön. Ach, verbinden die sich nicht zu anderen? Setz mal zwei nebeneinander. Oder vier, M ut2x2, M ut2x2, M ut2x2, M ut2x2, M ut2x2. 원이 möti mit hast? Nein, wir verbinden sie sich nicht. Wieso verbinden sie sich nicht? 2x2, 2x2, 2x2resil prey. Geht nicht? Schade. Aber man kann vielleicht das in einem Muster anlegen. Mhm. Man kann das vielleicht in einem Muster anlegen. Huh, ich sollte vielleicht nicht mit der Rakete Rechtsklick machen. Das wäre ein bisschen blöd. Und wir sollten das... Wo ist denn jetzt der Meisel hin? Ich glaube, den hast du in das M-System fallen lassen. Nein. Doch, ich habe ihn gerade rausgenommen. Ja, gib ihn mir. Nein, Meters, wir haben jetzt erst mal genug Blöcke. Nein, jetzt geht er mal her. Was willst du denn? Wir wollen auch erbauen. Ja, ich dachte, du brauchst du die Blöcke, Mensch. Ja, mal. Ja, was denn? Oh, okay. Ich habe gerade auch einen schönen Back gesehen gehabt. Als du den Meisel rausgenommen hast, hatte ich ihn gleichzeitig raus. Und als du ihn in der Hand gehabt hast... Vielleicht daran, weil ich ihn im Moment gespeichert habe. Hm. Dann machen wir davon welche auf jeden Fall. Dann war er bei mir noch einen Moment da. Machen wir davon noch welche? Ich habe da so eine Idee. Nein. Ich werde von denen mehr brauchen, auf jeden Fall. Von welchen? Wirst du dann sehen. Meters, wie hieß denn eigentlich der, der früher mit uns hier am Pist... Haben wir eine Selte? Warum war Wookie? Das war doch nicht Wookie? Nein. Doch. Hä? Das war Wookie? Das war Wookie. Wookie kann ich mir hier sogar gar nicht vorstellen. Wookie kann doch gar nicht spielen. Jetzt will ich mal gerade gucken. Jawohl. Das geht. Meters, wir brauchen nicht so viele. Jetzt hör auf, alle zu verschwenden. Äh, tu ich nicht, tu ich nicht, tu ich nicht. Wir haben 2800 Endsteinen. Ja, kann er noch lange craften? Nein, kann er nicht. Das ist eine Sache von 20 Sekunden, dann ist das gleich durchgecraftet. Meters, ich will endlich bauen. Ja. Das ist ja auch der Plan. Jetzt warts mal kurz ab. Das ist der Plan? Warts ab. Haben wir noch Amethysten? Ja, wir haben noch Amethysten. Muss ich mal schauen. Wir müssen über die gleichen wahrscheinlich meine Level dafür nicht. Moment. Ich sollte das auch mal ausziehen dafür. Also ich brauche das. Ich brauche das. Wo ist denn die Platte mit dem Creeper-Gesicht? Ach, das kann man ja nicht. Hat jemand die Platte mit dem Creeper-Gesicht gesehen? Äh, ich weiß welche du meinst, aber nein, bisher nicht. Wo ist denn das? Ich hab doch irgendwo, hatte ich noch nicht alles. Im ME-System ist er auch nicht. Hä? Moment mal, sortieren wir mal. Also wird auf jeden Fall nicht unter Cast angezeigt. Was war das das denn? Nö, da muss ich am Ende eine selber machen. Da ist es. Gar nicht genug. Aber wir hatten doch eine. Irgendwo muss die nicht sein. Okay, jetzt können wir. Wieso kann ich aus dem... Achso, da brauchen wir acht Pflastersteine und hier ist ein sieben drin. Ja, natürlich. So, okay. Sonst würde es ja keinen Spaß machen. Nein, Metos, jetzt kann man erstmal nicht. Jetzt musst du nur auf mich warten. Lass, ich geh jetzt hoch. Ich hab ja, was ich brauche. Halt ihn auf. Ich hab ja, was ich brauche. Metos. So, jetzt muss ich mal gerade schauen. Ähm. Das muss hier aber noch ein bisschen weg. Und ich hab's in der Tat. Äh, erstmal dieses blöde Wasser hier. Blasterstein. Hab ich? Ja, ich hab so einen... Ah, dann kann ich das Ding hier endlich mal auflevinnen. Hab ich acht? Ähm, warte mal. Ich, äh, will lieber die Fackeln. Was? Du willst lieber die Fackeln? Ja, die, ähm... Ja, die darfst du einsammeln. Tu mal lieber die Fackeln. Tu mal lieber die Fackeln. Metos. Tu mal lieber die Fackeln. 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 Du brauch pro Mal, ne? Du mal lieber die Fackeln. Tu mal lieber die Fackeln. Tu mal lieber die Fackeln. Auf welche Höhe willst du? Du mal da... Ähm, ich... Ich... Ich will so, dass eine große Fläche entsteht. Du mal брос auf die Fackeln. Das heißt, äh... Du mal das 패点 spüren. Du mal diese Form aufstehen. Das heißt, äh... Bis hier zu dem... Koppel hier. Also bis... Bis zu dieser Höhe, äh... Würde ich sagen. Ah, ok. Ja? Ah, ok. das ballert einen ganz schön hoch wenn man einmal drückt ach ich muss mir auch noch so groß was macht man noch mal wenn man hier ist kobalt und adit haben wir da so viel davon ja doch einiges okay wir sollten vielleicht auch irgendwo eine kohle hinstellen dass wir vielleicht so ein bisschen haben wir ein crafting table hier irgendwo ganz normales müsste bei dem ganzen zirk von der smelterie dastehen was braucht das im e system eigentlich auch wenn du es zum kraften benutzt also nur dieses feld für nur für die eisen strom ich bin ich jetzt müllaufsammler hier ja du bist mehr als nur aufsammlermüll du bist der müllmann ich fange demnächst an zu lachen ja mache ich auch wenn ich fertig bin ja ja ist alles so plötzlich ja das muss man erst mal verarbeiten wenn man vor alles wird immer so schnell während das hier schmilzt wieso nicht ich finde das gute dass das gleich weg bringt dann liegt das nicht und so ist es für kleinlich ja mal hast du wieder einen magneten dann ja warum gibst du ihm jetzt macht er das wahrscheinlich aus und dann liegt ich mache das bestimmt nicht aus dann ist ja gut dann bin ich zu für aus silberfische weg mit dir machen dieses ding muss doch mal endlich aufleeren was bist du denn ja meine spitzhacke die muss ich dann auch mit 66 level das spieler an mit 66 level da hat man spaß da muss ich reparieren dann die ist mit 66 level gerade mal 50 prozent was was denn und ich habe keinen das gibt es ja wohl nicht du hast keinen was das war's du hast keinen das war's jetzt kann ich anzunehmen warum hast du kein modifier drauf ok jetzt kommen jetzt schon mal was folgen dafür zum reparieren erntelevel warte mal eisen als schneller ok haben wir eigentlich genug ja so ein bisschen haben wir haben ein paar tausend ja dann abbauen abbauen dafür werden ungefähr 18.000 millibucket geschmolzenes manuelin so ok aha hilfe da geht sie runter in unsere mobfarben die sehr gut funktioniert die genau genommen noch nicht ein einziges item abgeschmissen hat in ihrem leben so und ich habe keinen plan wieso dann machen wir machen wir das erst mal wieder da rein mann gut ok wieder darauf mit aus ich habe hier ein geschenk für dich ja haustod jetzt habe ich noch wo auch mann so hast du mein geschenk getötet nein ich habe ich habe eine handtasche draus gemacht seht ihr den unterschied nicht was welchen unterschied zwischen zwischen geschenk tüten und handtasche draus machen naja keine ahnung wenn ich auf dir eine handtasche mache bist du nachher auch nicht mehr gesund dann hier mit aus habe ich noch ein geschenk für dich nein ich will das nicht wieso denn nicht jetzt hast du deine eigenen geschenke wieviel kommen denn da noch ach so noch ein paar mein schwert ist gelevelt wow nee mhm erstens wieso nehmt ihr keine hammer und zweitens wollen wir noch eine schicht abtragen weil ich meine spitzhacke level will egal ich mache einfach und schicht weg im letzten musste natürlich wieder eine von diesen dinger drin sein ja ja klar so jetzt würde ich sagen würde ich sagen wir hauen das da weggemachend da einen anderen grundstein hin oder ok also noch eine schicht weg ja auch du und nutzt da unten drunter sohle ich weiß ich weiß ich würde sagen wir machen da direkt komm es da rein oder ich baue hier aber ab so also willst du kommst du dann direkt zu mir gekommen das finde ich gut aha das will eigentlich nur sein inventar mehr haben äh nee darum geht es jetzt gerade nicht so darf ich hast du noch ähm koppel jo hab ich ahja jetzt hört sich auch neuerde warte mal ich muss das mal gerade so Wieso machst du denn du sowas mit das? Hör doch mal auf die Erde zu werfen. Gib mir den Koppel. Mach ich doch gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Das war jetzt das erste Mal. Okay, hier hast du ein bisschen. Echt jetzt? Ich brauch Steine, Koppel, nicht Erde. Vor allem krieg ich die ganze Erde. Das ist ja immer schon mit deinem Magnet. Vor allem fliege ich auch noch hinterher, damit ich es auch wirklich einsammle. So, okay. Hier unten liegt mindestens drei Stacks Koppel. Ja! Ich hab's mitgebracht, aber ich geb's dir nicht, weil du es einfach runtergeschmissen hast. Nein, das hab ich nicht runtergeschmissen. Ich hab Erde runtergeschmissen. Schon wieder Autorepair draufbekommen. Doch wieso funktioniert eigentlich diese Monster-Farm nicht? Das kapier ich nicht. Ähm, keine Ahnung. So. Du kannst dich, äh, kannst du hier mit Koppel auskleiden. Hier fliegt bei mir alles rum an Koppel-Stone. Ja, aber gib mir bitte die Koppels. Ich hab grad keine. Also, ich hab grad wenige. Du solltest vielleicht nicht dort bauen, wo ich baue. So. Hm? Ja. Geht's ja runter. Duffy, wie fühlt sich das eigentlich an, immer einen Jetpack schlechter als wir zu haben? Ja, ist doch egal. Ach, ist da jetzt wieder so'n blödes Fiech da unten. Kommst du da nicht so'n bisschen wie ein Reste-Verwerter vor? Zäh. Dafür hab ich zwei. Die halten trotzdem nicht, die halten trotzdem beide nicht in die Hälfte von unseren. Naja, aber das hält schon recht lange. Also zwei, also unsere, den hab ich in den letzten vier Wochen einmal aufgeladen. Das war gestern. Das mach ich hier so. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Fläche. So, ein Block mehr. Diesen, ja, die hat häufig halten doch. Ja, mal, werf mal bitte, äh, Koppel raus. Mir fällt grad ein, dass ich aufs Töpfchen müsste. Ja, nein, gib mir bitte Koppel. Hier ist doch überall Koppel. Was? Wo? Du darfst nicht so weit weg sein von mir, sonst sammle ich den nur wieder ein. Du bleibst stehen. Darf ich nicht einzeln? Wieso denn nicht? Nein, das dauert viel zu lange. Mäh, das jetzt nehmen ihn, sonst krieg ich ihn wieder. So, äh, jetzt warte mal, ihr dürft mir nicht alles auf einmal hinschmeißen. So, da hab ich noch mal ein Steck. Erst beschwerst du dich, weil wir dich eingeben, und jetzt beschwerst du dich, weil wir dich eingeben. Wie, Koppel hast du denn jetzt? Äh, zwei Stecks gerade mal. Und du sagst, wie voll ist denn dein Inventar? Ja, ich hab, ich hab, so ein bisschen Zeug gemacht, aber nur ein ganz bisschen. Du hast noch deinen Knapsack. Ach, stimmt ja. Ach, der ist auch voll. Oh, du Dödel. Ähm, warte mal, was kann ich denn davon rauswerfen? Die Pfeile, die brauchen wir nicht. Pfeile? Werden wir das da rein? Dann, äh, ich brauch eigentlich auch nur einen, meinen Inventar. Was machen wir da noch? Sackl, lass ich drin. Ich hatte mal zwei Stecks, das ist auch ziemlich so groß. Koppel, das ist gut. So. Die laute Mist, äh, den hier müssen wir aufladen. Das machen wir auch erstmal da hoch. Dann, jo. Wir müssten jetzt aber auch bei 20 Minuten sein. Ja, jo. Gut. Würde ich sagen, äh, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Wieso setzt der einen Stein dahin? Warum sollte er das nicht? Äh, nein, nicht tun, so was. Daffi! Was denn? Nicht tun. Ich schweb hier nur ein bisschen in der Luft. Ja, nein, nicht tun. Wieso denn nicht? Oh. Nicht gut. Guck mal, Daffi, wenn ich hier in meinem Schwebemodus bin, dann halte ich mich viel, viel, viel länger in der Luft. Ja. Normal. So, habt ihr noch, noch, äh, Koppel? Nein, aber ich kann dir welchen holen, wenn du willst. Äh, warte erstmal. Dann warte ich erstmal. Ich weiß ja nicht, wie der Yama noch hat. Au. Äh, grundsätzlich alles, was ihr nicht habt. Äh. Ja, toll. So, hier ist das Ding hier jetzt fertig. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld. Es wäre doch irgendwie sinnvoller gewesen, erst das Energiehaus zu bauen. Ach, Quatsch. Wir satteln das Pferd von hinten auf. Haben wir immer schon gemacht. Hoppel, hoppel, hoppel. Du tust dem eher das Zaumzeug von hinten aufziehen. Ja, das macht ja nix. Nee. Ich würde sagen, hier machen wir, ziehen wir die Fläche drüber. Genau. Metos, jetzt habe ich das Bild von dem Pferd, was falschrum eben dieses Zaumzeug hinten hat, im Kopf. Erst willst du ihn, dann lässt du ihn liegen. Jetzt warte doch mal, ich muss das doch erst mal verbauen, was ich hier habe. Jetzt hat sie aber. Hey, warum kriege ich denn jetzt noch einen ganzen Kuppel? Ich kann doch nur eine maximale Anzahl nehmen, hier. Dann beschwer dich nicht, wenn du keinen hast. Juhu, ich habe zwei Steine gesetzt. Nein, dann geh vor allem. Okay, das hatten wir kurz gelegt. Ja, das geht. Metos, was waren wir mit den 20 Minuten? Äh, ja, ich weiß nicht. Jetzt hör doch mal auf, ständig die Zeit zu wiederholen, wenn es ein bisschen spät ist. Okay, ja, reicht aber wirklich, äh, jetzt. Ähm, das letzte Stück lassen wir jetzt. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Musik Musik Musik